Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Worms und weiterer ungepflegten Unterhaltung. Wieso hast du schon einen Panzer? Ja, das wird nichts, glaube ich. Lass mich zufrieden. Ne, das wird nichts. Hauptsache rumballern. Wie viel kannst du denn da rumballern? Zweimal drücken und dann lässt du das Salven los. Du musst nur einmal drücken. Da kann man dreimal Salven. Ah, ja genau. Zwei Stück. Passt einmal zwei Stück Salven. Genau. Dann wirst du gesalbt, ja. Dann salbt man dich. Drei Salven, zwei Schüsse. Einfach Ruhe und aufs Maul. Ins Gesicht. Du warst so kreativ bei deiner Namensgebung. Oh man, die verkackte Dreckssacksteuerung. Sacksteuerung? Ja. Kannst du deinen Sack steuern. Kill den Wurm da vor dir. Ja, den eigenen am besten, ja. Tschüss. Oh, tschüss. Ja? Stimmt, da war doch was mit 30 Sekunden. Ja. Kann man so sagen. Ich hab gar nicht dran gedacht. Oh, die Monologe wieder. Juhu. 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 Oh mein Gott, was für'n Strohler. Jires. Gar nicht schlecht. ratio. Juhu. Der Schaden war mächtig. Ja, war mäßig, ja. Mind- als ein Fahrzeug und, ähm, ja. Na jetzt Leitung. Hau ihn um, Leute. Pürbel liegt. Dirft dem Pürbel auch. Lass mich doch zufrieden. In die Fresse. Riespull-Bag. Okay, geht nicht. Nicht wirklich. Time's running out. Du Arsch. Oh, falsche Taste. Ich sage, ich hasse Steuerung. Wow. Ach du Scheiss. Ah, ich habe es überlebt, oder? Jo. Du Glückspilz. Das Dynamit hat eine dezent grössere Sprengkraft jetzt. Ups. Kommt mir vor. In common. Ein bisschen viele Hubschrauber hier. Ich vergiss die ganze Zeit, das Crafting fällt mir gerade auf. Oh ja, stimmt. Du hast eigentlich recht. Danke für die Erinnerung. Danke, ja. Ich habe es auch immer vergessen. Oh, ich bin ja Scheibe. Schuh, schuh, schuh. Du hast noch fünf, vier, drei, zwei, eins. Schießt mir jetzt eigentlich mit Enter oder mit Leertaste? Leertaste. Mit Enter springst du. Diese Kacksteuerung. Ja, die Steuerung ist ein bisschen komisch. Warum? Das Tollste daran ist, man kann es nicht umstellen. Das ärgert mich am meisten. Ich kann es nicht umsetzen. Hashtag. Hashtag wirklich. Wieso kann ich mich nicht bewegen? Weil ich nicht dran bin. Weil ich dran bin. Ganz alleine herausgefunden. Ja. Hast du gut gemacht. Kranate. Oh nein, ein Handy-Akku, oder? Note 7, ja. Note 7, genau. Das war Note 7. Und die... Ja. Aber was ich schade finde, es gibt irgendwie, glaube ich, schon lange nicht mehr die deutschen Stimmen. Die waren auch lustig. Die gab es ja, glaube ich, schon bei den allerersten Worms dann in ein paar Teilen. Aber irgendwie bei den neueren Teilen hat es, glaube ich, keine deutschen Stimmen mehr dabei. Das ist ein bisschen schade. Die waren auch lustig. Hüh. Äh, toll. Nicht schlecht? Ja, das war ein Schuss. Ja. Irgendwo nicht. In den Ofen. Sehr gut. Gibt es eigentlich den Mörser noch? Nö. Gibt es den nicht mehr? Nein, nein! Schön. Mussten die Flammen gerade auf mich kommen? Ja, definitiv. Gibt es den Mörser nicht mehr? Wisst ihr das? Glaube ich nicht. Schade, schade. Kerze? Boing. Das war super. Perfekt. Ich brauche eine Vakation. Ich brauche eine Vakation. Bin ich dran? Ja. Da du glaube ich immer noch blau bist, wie immer. Er ist immer blau. Hat das gar nicht gemerkt. Ich hasse die neuen Wurfding. Was? Ich habe keinen Plan mehr, wie fest ich werfen muss. Hä? Ist es so anders? Ja, ich finde total... Ist das jetzt nicht so extrem? Okay. Minus ein Fahrzeug, oder nicht? Ich kriege wieder alles ab. No! Das war random. Aber schau mal, mein Lebensbalken im Vergleich zu euch. Ja, das habe ich dann auch gesehen. Hm. Wir machen einen Rückwärtssalto. Ach so. Genau so. Genau so. Mhm. Ah, ich kriege wieder was ab. Sehr schön. Juhu. 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 Oh, schön. Nur schon, dass ich es nicht mehr einsetzen kann. Hm? Ah. Zu beschädigt. Hm. Tumtitum. Komm hier nicht raus. Super. Gratulation. Der Kandidat hat 100 Punkte. Nicht. Hm. 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 Wunderbar. Das war wunderbar. Das war wunderbar. Hehehe. Hehehe. Okay. Es war absolut nicht so fest. Ja, war gar nicht mal so gut. Irgendein Wohl macht hier die ganze Zeit Bob Ross Zitate. Ja, das sind deine. Wieso hänge ich hier fest? Du hängst hier halt rum. Häng hier nicht so rum. Was ist hier? Hier ist gar nichts. Du. Unsichtbare Wand. Und bei einer Wand. Let me clean off my life. Let me clean off. I have plenty of time. Das ist, ja, das sind sie gar nicht. Hast du Bob Ross vocals oder so irgendwas aus der Welt? Möglich. Was ist, you lie? Let's party. Wer hat den gelben Wurm gekillt? Nein, ich will nicht sterben. Oh oh. Oh. Ups. 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 Ich find den Einschlagkrater der heiligen Granate. Äh, mitkrieg inzwischen. Ja, eigentlich schon. Ja, das stimmt. Wenn man das so mit der normalen Granate vergleicht. Ja. So, minus zwei Fahrzeuge. Schon etwas mitkriegt das Ganze. Irgendwann ist das Ganze. Wenn ihr Leertaste drückt, dann geht der Fallschirm weg. Ja, ich weiss. Kann aber nur der Wurm. Genau. Der dran ist. Der dran ist. Dann geht's ein bisschen schneller. Warum dir gleich einen? Ein Femm. Oh, was war das? Ja. Heute haben wir's ja mir schon passiert. Ich wollte springen. Ja. Das war in die falsche Taste, um zu springen. Ja, ein bisschen. Ja, kommt aufs Game drauf an. Ja, das stimmt. Aber ja. Wie gut ist denn das Ding? Keine Ahnung. Gibt's so das ein oder andere Game, wo man Leertaste zum Springen benutzt? Ja, to- Oh, okay. Das Ding war... ...interessantem Krater. War auch schwer zu zielen, also. Ja, nee. Ich dachte, das sei was anderes als wie die Bunkerbombe. Weil sie ja Megabombe heisst. Da hab ich gedacht, dass sie vielleicht irgendwie eine größere Streuung hat oder so. Ist das ein Megabunker? Ja. Jetzt hab ich einen Megabunker, genau. Ein Megabunker erstellt. Juhu. Happy Kreatures. Akku-Action. Oh Mann. War das knapp. Dung. Plopp. Du hast dein Node 7 ins Wasser geboren gefunden. Ist wahrscheinlich gescheitert. Destroi alle Evidenz, dass es hier war. Wenn ich ausmacht kann, kann ich es nutzen. Ah. Der Börbel. Der Börbel liegt. Sie sind tot oder alive. Sie kommen mit mir. Kannst du niemanden überfahren mit dem Panzer? Nee, geht nicht. Verdammt. Das altbewährte. Ah, du Schweine. Nein, in meinen Kratzer. Ja, toll. Da, wo du hingehörst. Wie geil. Ja, toll. Das habe ich dir nicht gemacht. Ihr Schweine. In die Grube, in die Grube. Du hast dir dein eigenes Grab geschaufelt. Ja, ich glaube auch. Lass was fallen. Oh nein. Oh nein. Warum? Was ist das? Was ist das? What the fuck, was ist das? Was war das? Was war das? Self-destruction. Was war das für ein Angriff? Bombenteppich. Bombenteppich, oh man. Oha. Schade. All mein Zeugs, auf das ich hingekraft habe, war in dieser Runde fertig. 140 Damage. What the fuck. Kann man ihn craften, oder was? Natürlich, ja. Das ist ziemlich übel. Unter was kann man denn? Dann habe ich ihn auch rausgenommen. Unter was kann man denn machen? Neben dem Seilschaf. Neben dem Se... Aha. Krass. Oh man. Ich hatte so cooles Zeug und dann tötete ich einfach. Hm. Ich habe drei Würmer getötet. Was ist einer davon? Das ist Kollateralschaden. Ja, was tue ich jetzt? Ja, wie wenn das alles... Ich glaube, das geht nicht. Ähm, du kannst das versuchen. Ne, das ist ein Versuch wert, das ist super die Idee, also. Perfekt. Nein. Und tschüss. Nicht mal so komme ich rauf. Nicht mal so komme ich rauf. Nicht mal ein Rocket Jump oder ein Granaten Jump nützt was. Verdammt. Glorious. Ich bin in meiner eigenen Grubung gestorben. Allow me to break the ice. In meiner Fäkaliengrubung gestorben. Glorious. Glorious. Glory hole. Äh, nein. Anderes Glorious. Anderes Glorious. Okay. Flieg schneller. Du Pupschaf. Pupschaf. Das ist wieder einer in die Grube gefallen. Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Nein, hat ein gruben Grabgerät. Wer andern eine Grube gräbt, der hat ein gruben Grabgerät. Genau. Jo, Mann. Jo, Mann. Jo, Jo, Mann. Wer andern eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst Bratgerät. Bratwurst Bratgerät. Bratwurst Bratgerät. Bratwurst Bratgerät. Bratwurst Bratgerät. Bratwurst Bratgerät. Genau. Funktioniert das eigentlich noch mit dem Prezinden? Äh. Ne. Das ging damals nur wegen einem Soldatenwurm. Ach so. Gibt's ja hier nicht mehr. Doch. Eine Sekunde. Äh, aha. Wo, wo, wo. Kann man natürlich auch machen, ja? Kann man machen. Muss man nicht, aber kann man machen. Das war semi-erfolgreich. Ja. Ja. Wieso? Passt doch. Das war nicht ganz so wie Hoff, denk ich mal. Das war genauso geplant. Mhm. Jetzt muss Hellf nur noch mit dem Supershaft in die Grube fliegen. Hat er keins mehr. Außer er craftet sich eins. Naja, stimmt. Er hat wirklich keins mehr. Aha. Aha. Du könntest einen Metallträger da drüber machen, dann kann er sich raus beamen. Dann beamt er sich raus. Stimmt. Bunkerbombe. Ja, aber ihr macht ja nur 30 Schaden. Es geht ums Prinzip. Jo. Hauptsache ins Gesicht. Ah. Leertaste. Ich muss grad schauen. Was haben wir denn da noch so schönes? Move it. Move it. Wolltest du das jetzt grad machen, was ich ähm... Hast du da denn... Ich glaub ich... Ich glaub ich... Ich glaub ich hab gesehen, was du machen wolltest. Ich glaube nicht. Den... Den Satelliten? Hm... Nee, never. Viel zu wenig Zeug. Ja. Das war jetzt wirklich für den Arsch. Hinter dir ist eine Kiste. Ja, das ist schön. Oh! 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 Ah! Schade! Ja, das war wirklich schade, ja. Okay. So hast du Treibstoff gespart. Ist auch nicht so schlecht. Oh, herrlich. Wie ging jetzt das? Wie ging jetzt das? Wie ging jetzt das? Aber du hast Treibstoff gespart. Ja! Jetzt kannst du hier irgendwas runterwerfen. Ja. Oh, Mann. Oh, oh, oh. Oh, Mann. Bombenteppich. Oh, shit! Ja, ich glaube... Ich glaube, das sollte reichen. Oh, 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 oh. Ach du Scheiss. Das war der Verbesserte, oder? Nein! Nein, das war der Standard. Okay. Und jetzt? Totally basic. Schade, er lebt noch. Ja, Scheibe. Aber ich weiss jetzt sowieso nicht genau. Einfach... Kill it is fire. Ja, was sagen wir? Drunter gehen und unziehen drauf. Ja, nein, nein. Das nützt auch nichts. Geradada! Die kommt noch am Schluss. Nein, 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 nein! Die kommt noch. Ah, klapp. Schiesst gerade nach oben. Oh, ich sollte ja rüberziehen. Aber genau so, ja. Machen wir es nochmal spannend. Ich werde jetzt failen. Fliegt man mit WASDF oder mit Pfeiltasten? WASDF. Pfeiltasten brauchst du generell nicht. Nicht mehr. Also vorhin habe ich es auch mit den Pfeiltasten gesteuert. Aber jetzt ist eigentlich alles WASDF. WASDF, WASD mein ich. Ich hätte noch was Schönes im Petto gehabt. Das war jetzt mal ein Skillshare. Ja, ich dachte erst das Skillshare auspacken. part-seller unterstieg ist das Mao bei dir, да okay. The... The... The Oberwurm. The Prayer is the Oberwurm. The OvaLushins publiume was gewonnen. Avow. Hier lui estão vom carton. Ciara marschiert alles durch. Und... Wir geben ab in die Werbung. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Auf nach. Musik Sie?